Die Obelink Markise Zipp ist ein schönes Sackmarkise für Ihre Wohnwagen mit einer Ausfallhöhe von 2,5 Metern. Zusätzlich wird die Markise mit zwei abnehmbaren Seitenwänden geliefert und einer Reißverschlussvorderwand. In diesem Video werde ich Ihnen mehr über diese Sackmarkise erklären. Wollen Sie mehr Videos sehen, dann abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Hallo, mein Name ist Bram und das ist Jeffrey und willkommen bei Obelink. Die Obelink Markise Zipp besteht aus zwei Teilen. Zuerst haben Sie das Sackmarkise und die Tasche mit der Vorderwand und beiden Seitenwände. Das Aufstellen des Obelink Markise Zipp ist mit zwei Personen am einfachsten. Wenn Sie beide Pfosten mit einem Heeren gesichert haben, empfehlen wir immer die Markise mit einem Sturmbandset zu sichern. Dieses Sturmbandset ist optional erhältlich. Jetzt können wir die Seitenwände der Markise anbauen. Dafür gibt es eine schöne Reißverschlussverbindung an der Seite der Markise. Bis zum nächsten Mal. Wenn alle Wände eingezippt sind, können Sie das Zelt aufspannen. Wir fangen immer am hinten an. Wenn wir das Heckende gesichert haben, fixieren wir beide Ecken. Nachdem Sie das Zelt gespannt haben, können Sie die Klettbänder an den Pfosten und Balken befestigen. Die Klettbänder sorgen für eine optimale Spannung an der Seitenwand. Für eine optimale Dachspannung empfehlen wir immer den Kauf des Rafter-Mackis von Obelink. Diese sind optional erhältlich. Damit die Schaumstoffpolster gut an der Wohnwagenwand anliegen, empfehlen wir immer einen Satz Andrückstangen zu bestellen. Das Zelt dieser Sackmarkise ist komplett mit einer PVC-Schmutzfänger ausgestattet. Sie können diese leicht reinigen. Darüber hinaus ist diese Markise in vier verschiedenen Längen erhältlich. In den Ausführungen 3,10, 3,50, 4 Meter und 4,50 Meter Variante. Das Besondere an den Seitenwänden des Obelink-Markise-Zipp sind die großen Lüftungsgitter. Damit können Sie auch bei warmem Wetter das Vorzelt gut lüften und trotzdem die Insekten fernhalten. Sie können die Lüftungsgitter auch mit der Fensterfolie abdecken. Es gibt auch ein Lüftungsgitter oben in der Ecke. Schließlich können Sie auch die gesamte Seitenwand aufrollen. Was die Vorderwand des Obelink-Markise-Zipps so einzigartig macht, ist, dass sie links und rechts zwei Türen hat. Darüber hinaus kann die Mittelwand auch aufgerollt werden, sodass Sie eventuell die gesamte Vorderwand aufrollen können. Wollen Sie, genauso wie wir, schnell und einfach von Ihrem Wohlverdätenurlaub genießen können, entscheiden Sie sich dann für die Obelink-Markise-Zipp. Wollen Sie noch mehr über diese Sackmarkise oder andere unserer Produkte wissen? Dann besuchen Sie uns doch im Geschäft oder schauen Sie auf unsere Website obelink.de. Möchten Sie mehr Videos sehen? Abonnieren Sie dann unseren YouTube-Kanal. Schönen Urlaub! Schönen Urlaub! Schönen Urlaub! Schönen Urlaub! Schönen Urlaub! Schönen Urlaub! Schönen Urlaub!